da hat es doch bestimmt etwas mit dem raum da auf sich das wollte ich jetzt gar nicht oder mit dem wendel da ist nämlich ein bisschen merkel wenn wir das eventuell durchschneiden und dann fällt das irgendwo drauf naja so weit meine theorie praktisch geht das okay wir haben hier einen raum kommen wir denn hier warte mal ich glaube hier haben wir doch noch was da sind hier noch mal ein paar flüssig sind eigentlich in einem raum mit fenstern und an dicken tür so jetzt sind wir hier drin und haben ein tun okay es ist als ob der schock über das gesegnet seinen mentalen zusammenbruch ausgelöst ja ja der scarecrow allerdings habe ich ja letzt mal gedacht der macht nur mit seinem mittelchen die leute so bekloppt aber jetzt hörte sich das ja erstmal an als wäre es der doktor gewesen der da das tonband gespräch und die diagnose geführt hat aber dann stellte sich heraus nein scarecrow war das der auf das band gesprochen hat ja die stimme kam ja ein bisschen bekannt vor muss ich ja schon sagen aber es wirkt ja jetzt gar nicht als wären die insel die patienten bzw wie heißen hier diese psychologen diese ärzte mit denen überfordert das wirkt ja gar nicht so mit ironie in der stimme das wirkt ja gar nicht so als hätten die absolut die power die macht und die kontrolle über die beiden herrschaften so als nächstes würde ich gerne das benutzen weil wir hier öfter mal einen anledigen müssen so damit haben wir den bettelang jetzt die möglichkeit gegeben dass die gegner länger k.o. bleiben ach so hier ist eine tür ach die ist auch noch offen so habe ich ja ja zack mit skeletten zum glück haben wir das gerade aufgewertet was soll diese manschette da warum macht die so ein geräusch das ist die selbstmordmanschette aber es klingt merkwürdig selbstmordmanschette die heißen irgendwie anders aber egal wir benutzen sie um den herzschlag der patienten zu beobachten wenn er zu schwarz wird geht der alarm los und das rettungsteam stürzt rein meine crew könnte das auch erledigen na wie gefällt dir das fledermaus stehst da herum im malzinen westflügel sie wären schon da wenn sie cash nicht ein bisschen vernunft beibringen würden weißt du was ich werde die überraschung nicht verderben und ihnen sagen dass du kommst neues upgrade verfügbar upgrade für bettelang verfügbar aha ich habe jetzt gedacht durch den durch diese pöre der holzkrause werden die würden die irgendwie durch venom oder irgendwas was der joker den da einflößt manipulierbar so hier haben wir nichts mehr oder ich habe nichts übersehen zumindest was ich jetzt so gesehen habe habe ich nichts übersehen und das heißt ich habe nichts gesehen sonst hätte ich was gesehen und nichts übersehen deswegen habe ich alles gesehen das sage ich jetzt so einfach sehen technisch so so cash ist im raum nebenan klingt als ob er verprügelt wird du hilfst ihm besser ich kümmere mich darum sie bleiben hier ja und können wir auch noch mit dem doggy hier reden ne mit dem dog können wir nicht reden einfach frontal durch die tür einzutreten ist ja ganz schön unsaglich ähm und traditionell für batman nehmen wir einfach mal den seiteneingang der natürlich ne nicht begehbar ist rein zufällig gut dann bleibt mir gerade nichts anderes okay kenne ich nicht nichts anderes übrig als wer soll denn da oben dran kommen als hier einfach mal rein zu klopfen was ist das unsere notizen zeigen das äh dingens bla bla hier kann man nun wirklich sein akta hier muss ja ein halber kleinwald niedergebrannt äh gesägt worden sein und zu papier verarbeitet meine Fresse au au ach scheiße dafür stand das fuck nein das war auch nicht schön das war sehr unpraktisch ich habe ihn gefunden er liegt hier hier drüben scheiße die werden jetzt aufeinander aufmerksam dadurch so ich gebe mich einfach mal hier in die lüfte hat einer einen plan halt's maul und such weiter batman kannst du mich hören zeige dich warte ich komm mit tja warum sollten wir uns zeigen wir müssen nur jetzt alle nach und nach ausschalten ja scheiße hab ich mich jetzt erschrocken alter boah fuck alter ich habe jetzt eher mit dem signal gerechnet was da wieder kommt nicht dass wir plötzlich angeschossen werden kommen jetzt hoffentlich nicht alle in die richtung hier oder aber ich kann auch zu wenig einsehen dass ich jetzt den versuch eines angriffs stehe starten würde so der nächste ist so und scheiße weg ähm dein und dein zack so es ist ein bisschen brenzlig jetzt aber jetzt bin ich ja vorgewarnt zum glück haben wir so einen guten bad suede suede jemand sollte die ganzen bücher verbrennen ist hier nur einer sehr schön hier ist nur einer wenn er jetzt hier um die ecke kommt gibt es erstmal ein paar fußtritte ins gesicht ich habe euch ein paar eine große Aufgabe gegeben bringt Cash zum Regen findet Dr. Yang und ihre Aufzeichnungen hat einer von euch schon eine Aufgabe erledigt noch mal erstmal den hier zack so ausgenockt Eij alter wieso alter Alter, wieso sehen die mich denn jetzt? Ey, wo ist der? Wo ist der? Warum kann der uns jetzt plötzlich sehen? Wir konnten doch sonst immer flüchten. Na gut, dann machen wir einen neuen Start. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber ich hätte den Knaben ja auch mal gerne gesehen. Ich habe ja irgendwie gerealisiert, dass der rechts von uns war. Ach, jetzt müssen wir alles neu machen. Na gut. Dann die zweite Runde. Fuck. Gut, dann machen wir uns jetzt ein bisschen rasanter. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Scheiße, warum sind da zwei? Das ist jetzt scheiße. Alter, wieso können die... Ja, dann... Verdammt. Hey, helf dem Fledermausbaby doch mal hoch. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe nicht gesehen, dass da nur einer um die Ecke kam. Wäre jetzt auch wieder zu schön gewesen, wenn es jetzt plötzlich so schnell gegangen wäre. Doch wir waren schon ziemlich gut, das muss man ja schon sagen. So, einmal den ruhig ausknocken. Dann haben wir den da hinten, der sehr schnell ausknockt werden kann. Ich rede nicht. So, jetzt den wieder. So, jetzt würde ich mal gerne hier nicht verpieseln. Da kommt nämlich schon einer. Ich habe jemanden gefunden. Hier läuft. So, ja genau. Da sind jetzt zwei. Drei. Warum sind es hier nur zwei? Das waren doch eigentlich drei. Ah ja, da sind es jetzt auch drei. Vier. Oh nein. Hm. Wie schwer kann das sein? Naja, Bücher und Formularen. Und Formulare können verdammt harte Kost sein. Wie so viel Joker, dass ein alter, staubiger Raum von der Bücher bewacht wird. Tja, das wisst ihr nicht. Das weiß ich aber. Was man machen könnte, den mit dem Batarang ausschalten und den ausnutzen. Und dann an sich verpieseln. So, die sind jetzt alle ziemlich weit voneinander entfernt. So, ich verpiesel mich mal direkt von hier. Ihr merkt schon, ich werde mir da ein bisschen ruhiger, weil mich hat das gerade ein bisschen schockiert, dass sie einen doch dann gesehen haben. So. Weil das ist ja hier viel weglocken und in Deckung gehen. Ist aber auch mal was Neues. Das habe ich persönlich nicht so oft gespielt. Also zwei, drei Spiele insgesamt, die ich mal so gespielt habe, waren jetzt nicht meins. Aber Batman ist ja doch schon ganz schön ansprechend. So, jetzt müssen wir warten, bis die Knillchen sich wieder voneinander entfernt haben. Der ist ganz gefährlich hier. Nur da unten watschelt noch jemand rum. Und der da oben... Äh, gut. Da könnten wir eventuell durch die... Wo ist der hin? Jetzt sagt nicht über euch, oder kriege ich wieder an den Anfang. So. Hier ist niemand. Oh, jetzt laufen die aber ein bisschen ungünstig. Hier, die beiden sind zu nah beisammen. Und wenn wir den ausnutzen, kriegen wir erstmal Feuerkraft von den beiden. Jetzt heißt es wieder ein bisschen Geduld beweisen. Nicht mehr kann das sein.